Bei der Macht von Greyskull, ich habe den Skeletor auf dem Shirt und wenn ihr He-Man oder die Masters of the Universe kennt und das eurer Kindheit begleitet hat, dann ein Like da lassen. Alle anderen kein Like, kein Kommentar, nix. Nur die... ja ok, lassen wir das mal. Ok. So, jetzt haben wir einen tollen Einstieg in das Video, hat gar nichts damit zu tun. Aber wir haben zwei Jahre Jubiläum von Subgrade, übrigens ist es auch der Namensdag von mir, der Namensdag von meinem ältesten Sohn, also mit zweiten Namen, Felix und dann Peter, also Peter und ich auch Peter. Mein jüngster Sohn heißt Paul, hat er auch Namensdag und mein mittlerer Sohn, der Moritz, der hat er Geburtstag. Also ein riesen Spektakel, ein riesen Jubiläumstag, vielleicht bloß nicht für meine Frau. Oh Gott. Aber wir wollen das Ganze mit euch feiern und deswegen habe ich gesagt, beschleunige ich die Subjects, schmeiß die ganz schnell in den Online-Shop mit den Subjects. Da gibt es ein extra Video dazu, da könnt ihr einfach Sachen auswerten. Also ihr könnt die Subjects einfach Formen angeben und ihr könnt der Form dann noch sagen, was ihr auswerten wollt, zum Beispiel Stück, Länge, Breite, Durchmesser, Umfang, was gibt es noch, was gibt es noch, Fläche, genau. So eine Sachen und dann ist da ein Report dabei, der erfasst die ganzen und dann könnt ihr einfach zum Beispiel Nägel, Kammnägel, Winkel, ihr könnt Telefone, Personen, ihr könnt Tische, ihr könnt Bildschirme, egal was, ihr könnt das für alles verwenden und einfach auswerten. Eine Anputzleiste, kein Problem, zack, rein, ein Rollenkasten, okay, machen wir ein Rechteck und dann habt ihr einfach Subjects. Das sind zwei Idee-Elemente. Schaut euch dazu das Video an, wenn es euch gefällt, kauft es das. Es ist eine komplette Bürolizenz, also wirklich auf Lebenszeit, ihr kauft die Lizenz auf Lebenszeit. Kostet eigentlich 50 Euro, ist eh schon geschenkt, habe ich mir gedacht, okay, Firmenjubiläum, irgendwas muss ich hier hergeben. Bis 14. Juli habt ihr jetzt die Möglichkeit, einfach diese 50% Rabatt zu genießen, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, genau, also 50% Rabatt. Aber, es gibt noch zwei Rabattaktionen. Erstens könnt ihr nochmal 15 Euro Nachlass bekommen, dann kostet das Ding einmalig 10 Euro. Und das ist einfach, wenn ihr im All-in-One-Event am 5. Juli, hier, von 9 bis 12 Uhr im Nemetschekhaus in München erscheint. Da werden dann spannende Fachvorträge von Kallenberg-Ingenieure Max Frank und Beto Max und meiner Wenigkeit gehalten, sagt man das so? Ja, genau. Und anschließend gibt es ein Catering und ein Get-Together. Da könnt ihr euch mit den ganzen Herstellern austauschen, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt mit euren Problemen zu denen kommen und sagen, hey, wie kriegen wir das gelöst? Aber auch zu mir, ihr könnt eure BIM-Fragen, eure Altplan-Fragen, eure Workflow, eure Einbartei-Fragen, egal was. Ihr könnt es mit mir auch einfach euch da austauschen und das freut mich eigentlich am meisten an der ganzen Veranstaltung und da habe ich richtig Bock drauf. Und da werde ich einfach noch einen 15 Euro Rabattcode rausplärren, damit ihr den auffasst und dann eingeben könnt. Und dann ist das Ding auf den 10er runtergedrückt. Aber das ist auch noch nicht alles. Es gibt ja noch die 100%. So, jetzt muss ich schnell schauen, wo komme ich da hin? Wo kommen wir denn da hin? Kommen wir da hin? Ja, wir sehen es, genau. Der Ingenieur-Guide, der ist eine Aktion von mir. Ich habe da noch zwei, vielleicht sogar drei Slots. Das kommt jetzt darauf an, wie groß die Firmen sind, die sich dafür anmelden. Ich begleite sozusagen Ingenieure und Ingenieurbüros im Ingenieur-Guide. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Workflow-Fragen habt, Strukturfragen, Altplan-Fragen, dann ist es manchmal fehl am Platz, dass man da für eine Schulung bucht und dann eine Woche wartet. Weil wenn du dir sagst, hey, gibt es eine Funktion, wo ich einfach mal schneller die Bewährung verlegen kann? Gibt es irgendwo eine Funktion, die zum Beispiel das herausfiltert, das ich gerade brauche? Wie kann ich jetzt da eine ordentliche Rampe modellieren? Wie kriege ich jetzt da den Frostschutz noch rein? Oder auf welchen Teilbild mache ich das? Wie strukturiere ich das besser? Warum ist mein Altplan so langsam? Kann ich das beim nächsten Mal irgendwie vermeiden? Wie schaut es mit der Plan-Zusammenstellung aus? Der Ingenieur-Guide ist genau das, was ich dann mache. Ich chatte mit euch. Ich mache eine Videokonferenz. Oder screenshotte euch die Lösungen. Und das ist wirklich so ein Austausch. Einfach per Teams-Chat oder Skype-Chat. Das ist mir am liebsten. Es geht auch im Notfall über WhatsApp. Was nicht geht, ist über E-Mail. Nur im Notfall halt. Man schreibt eine E-Mail. Natürlich kann man auch telefonieren. Aber eigentlich ist es so gedacht, ihr schreibt mir, ich antworte fertig aus. Das ist ein schnelles Ding. Eine Win-Win-Situation. Ihr spart euch Zeit und Geld. Und ich verdiene daran, dass ich endlich mal Antworten gebe, die auch bezahlt werden. Ansonsten werde ich, ja. Also genau aus diesem Grund. Es soll ja irgendwo verkültet werden, wenn jemand von meinem Fachwissen profitieren würde. Genau, da gibt es den Ingenieur-Guide. Da habe ich jetzt noch zwei, vielleicht sogar drei Slots über für das Jahr 2024. Und dann ist er schon mal wieder gedeckelt. Und wer im Ingenieur-Guide dabei ist, der bekommt 100% Rabatt auf die Subjects. Und wahrscheinlich noch auf weitere Sachen, die nach und nach im Online-Shop endlich sein werden. Ja, das war es jetzt erst mal eigentlich auch. Also, ihr geht jetzt erst mal zu euren Chefin und sagt, hey, da gibt es eine Veranstaltung. Da lerne ich was. Da kann ich dauerhaft profitieren. Da bekomme ich ein Fachwissen gebündelt innerhalb von drei Stunden, was ich sonst mir niemals auf zwei Jahren aneignen würde. Da bekomme ich Bemessungssoftwaren gezeigt und so weiter und so fort. Das ist für alle Zeichner und Ingenieure. Dort fragt jetzt erst mal euer Chef, ob ihr da mitmachen dürft. Die Anzahl ist begrenzt, denn der Saal umfasst keine Ahnung wie viele Plätze und die werden online registriert. Und auf www.allinone.parts könnt ihr euch dafür anmelden. Das geht nur mit dieser Registrierung. Ja, und dann die Subjects. Dann wartet ihr noch und sagt, hey, ich will noch den Rabattcode. Oder ihr wählt euch für den Ingenieurgehalt an. Da freue ich mich natürlich genauso. Und wenn ihr weder Ingenieurgehalt noch All-in-One in Anspruch nehmen würdet, dann ladet es schnell runter. Also ich glaube, selbst wenn ihr sagt, die 25 Euro, ob sie die rentiert haben. Ich glaube sehr fest daran, dass der Preis unschlagbar ist. Und ihr werdet euren Profit da rausholen. Egal, was ihr damit auswerten würdet. Das war es jetzt von meiner 2-Jahres-Jubiläums-Launch hier. Wie gesagt, Video nur liken, wenn ihr He-Man oder dergleichen oder Master of the Universe könnt. Und ja, ich weiß schon, jetzt kommt dann gleich die große Diskussion. Ja, ich kenne aber noch Saber Rider und die Star-Sheriffs und Marshall Bravestar. Nee, hier geht es wirklich nur um He-Man. Wenn ihr den kennt, liken. Servus, ciao, euer Peter. Servus, ciao, euer Peter.